Hallo meine lieben Leute! Willkommen zu einer spez... ähm... special... zu einer speziale... Volker! Ja hier mit meinem Cousin Walkie, bzw. meiner Nichte. Hallo! Ich bin sein Ute, der ist keine Nichte. So, mein erstes Unboxing, Leute! Und wenn das das Unboxing ist, ist das das allerbeste Unboxing von allen. Ha da, da habe ich das hier. Das ist außerdem. Supermedaille, ich habe gewonnen. Das ist toll! Und das ist die... Big... Crazy 4 in Weiß! So, dann zeigen wir uns das schöne Ding! Hier steht sogar... in Weiß... mit 500 Gigabyte. Ah, was ist das, Leute! Die Rache ist süß! Dann machen wir das hier außerdem das Dive Club. Außerdem denke ich jetzt nicht, ich bin so ein Kirid, das... wenn ich euch vielleicht eine Spiele treffe... Ich denke nicht, ich bin ein Kirid, das eine tolle Spieler nach dem Spiel darf. Das habe ich einfach nur so umsonst bekommen, das sage ich mir nach dem Spiel drin. Und das... So, hier gib mal das Spiel, wo ist das? Welches? Ah, das ist da... Guck, findest du das? So, hier. Dieses Spiel habe ich sonst bekommen. Ab 6. Little Big Planet, äh, Little Big Planet 3. Ab 6... 6... Ich bin so viel besser... Aber, ich bin so viel... Ich mache mal... Ich bin so... So, ich bin so... Aber immer... Ich habe versucht, Leute wirklich die Trafee besser zu machen, denn man... ...irgendwie trotzig kommt nicht. Aber, ich... Das ist schwer, es aufzumachen, ne? Wenn man das hier aufmacht, wenn man das hier sieht, macht man das hier auf, hier das hier. Jetzt kommt Babyfield. Babyfield, girls and boys. So sieht's so aus. Das ist was sehr schönes. Das machen wir, wie machen wir das hier? Oh mein Gott. Das glaube ich hier so, ne? Ja, brauche ich nicht mehr sagen. Ich bin dann irgendwie so der Oberkirre. So, hier haben wir unseren Playfield. Babyfield! Das zeigt uns euch mal ganz genauer. Grafik, ich wiederhole, Grafik ist das beste, aber... Tschüss! Yeah! Wo gibst du den Kopf weg? Hier einmal Controller. Hier haben wir Playfield 4. Ach, wie süß! Sonst ist es keine Rache. Welche ist die Jury, Mama? Mama! Mama! Jetzt machen wir alles auf. Mama! Ich tue hier etwa die Mitteilungen. Playfield 4. Bla, 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 wie immer. Mama! Mama! Das braucht kein Mensch. Ja, das hier braucht kein Mensch. Damit man das sieht, beziehungsweise das auch nicht geht. Ich stelle das einfach zur Seite. Das wollen wir doch gar nicht. Du wusst! Controlling! Ja, Controlling hat schon mal... Ist mir das zum Boden gefallen? Hat schon mein Bruder auch... Beziehungs... Wie gesagt, man soll einfach gesängen. Egal ob ich dein Onkel bin. Unsere Controlling haben wir wirklich sehr gut sind gefeiert und so. Sehr guter Look. Mein Bruder, also... Guck, der hier gerade kommt. Der heißt Dragan. Der hat auch eine PS4, aber in Schwarz. Und ich dachte mir, ich will die auch holen in Weiß. Dann haben wir beide... Ich hab auch Schwarz! Ja, der hat auch Schwarz, beziehungsweise der und sein Vater. Also, die spielen zusammen. Der hat mein Vater, ich bin nicht mehr! Ja, komm! Okay. Dann haben wir hier einmal die Kabel. Den Stick da. Für... Ladekabel. Das hier machen wir ein Alt. Damit man das im Fernsehen zu lassen. Oh! Sag mal, Herr Bob, warum meinst du da zusammen? Das ist gleich schon hier auch. So können auch... Das... Oh, geil! Tata! Soll ich das nicht verbrennen? Das ist für alles, Junge! Die Kopfhörer da! Oh, geil! Ich verstell mich die nochmal in... in schönere Formen und so. Nicht, wenn man... Nur in die Farbe. Nein. Okay, du kennst nicht meist die Kopfhörer. Das sind diese... Das sind jetzt nicht die richtigen Kopfhörer. Das sind diese... Fast so viel... Zähn. Pläzig. 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 Das sind diese... D- Die, die, die... W- Ne, die, die... ...n- Die, 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 die... Die, die, die... Ich bekomme... Der E- Elft, der E- Warte, die Kuppel hier, geht ein Locki nicht aufmachen, das ist meine Präsenz. Komm, hier ist mein Bezieher. Oder ist hier was, ne? Locki. Ja. Das ist hier nichts, ne? Also, mein Bruder hat selber gesagt, Plädie 4 ist schön. Na, beziehungsweise, wenn ich mein Bruder trage. Ja. Dann gucken wir dir das auch. Halb neun, halb zehn, ne? Halb zehn, ja. Bum, bum, bum. Machen wir mal den Big Bang Bangs auf. Ja. Und dann? Hier ist unser Big. Hier sind dann die Baby. Bank. Boah. Hier sind die Baby. Locki, hör mal, zieh das hier ab, diese Folie. Der ist schon abgezogen. Plädie, vier, sechs. Also, das ist ja jetzt die Plädie 2 plus 2 gleich. Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ja, man sieht hier nicht das Zeichen, glaube ich, ne? Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Bald kommt ein Spiele-Unboxing! Alter, man sieht hier nichts mit Zeichen! Ja, jetzt aber. So sieht unser. Ich fäng muss aus. Und jetzt? Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Socki таuschen! Er hat's gesehen! Er wollte das genau haben! 84. Mit Micraft? Er wollte das genau so haben und ich wollte schon immer Minecraft für PC4. Ich hab' gedacht, da kann man fuering Zucker Welt alles machen. Dafür wollte ich jetzt und tausche haltник mein,joesen, Socki... Big Planets 3. Little Big Planets 3. Hey, siehst du da immer, wie sie so richtig sind? Mirjana! 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 Ja! Komplette Playstation Edition. Mirjana! 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 Also dann hoffen wir, dass wir Ihnen gefällt euch. Mirjana! Wir hoffen jetzt, dass wir Ihnen gefällt euch Leute. Also die Gema Kuss. Wie gesagt, dass mein allererster Bond On-Boxing, und wenn ich schon weitere On-Boxing, ist das das allerbeste von allen. Ich wollte sagen, tschüss meine lieben Leute, wir haben euch lieb. Wenn ihr kein Daumen nach oben macht. Ich bin sehr traurig. Ich bin sehr traurig. Ich habe mich für euch gemacht. Außerdem ja, die wichtigste Information am 18. Ich bin sehr traurig. Also jetzt Juni 18. Ist mein Geburtstag, konnte ich mir die 15. Ich bin sehr traurig. Ja, Leute. Am 18. Geburtstag. Da dachte ich mir mein Geburtstag. Und meine Fans und so weiter. mich abonniert und meine Abonnierten mitmacht dann. Da dachte ich mir, ich mach mal ein Gewinnspiel. Also am 17. bis 19. kommt schon ein Gewinnspiel raus. Schreib mir in die Kommentare, ob ihr Playstation 4 oder Xbox One habt. Dann kann es sein, dass ich euch zwei oder ein Spiel von denen gebe. Wenn ihr zwei Konsolen oder alle Konsolen habt, schreibt in die Kommentare und ich gucke dann. Dann hoffentlich leicht sie euch zu diesen Mr. Bean hier. Oh Mimi! Geklöschi! Hehehehe! Und mein Geld hat mir gekauft. Außerdem. Ja. Von Leute und dann sage ich einfach nur. Dankeschön. Oh, wir haben neun Minuten und vierfünfzig Sekunden. Drei. 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 Zwei. Drei.